Ich weiß noch, mein erster Mieter, das war ein sehr, sehr komisches Gefühl, wie wird denn das jetzt und klappt das alles und passiert da irgendwas? Es ist wunderbar und wie gesagt, in den ganzen zweieinhalb Jahren habe ich jetzt eigentlich noch nie Probleme gehabt und das ist querbeet, von dem Ingenieur bis hin zu dem Handwerker und habe durchweg nur positive Erfahrungen gemacht, das macht sehr, sehr Spaß und ich denke, ich habe ein gutes Produkt und dementsprechend benehmen sich auch, die Leute sind da nichts kaputt gegangen. Also kannst du nichts Negatives berichten? Nein, wie gesagt, alle sind sehr, sehr positiv und sehr, sehr nett und ein Riesenspektrum, also von der ganzen Welt. Ich habe das so ein bisschen mitgeschrieben, also eigentlich haben wir noch keinen Kontinent gehabt, den es noch nicht gab, da ist dann auch ein bisschen Sprachen geschickt, dann eben gefragt, aber wie gesagt, nur positiv und das macht sehr viel Spaß und keine Probleme. Ich habe das so ein bisschen mitgeschrieben, also von der ganzen Welt. Ich habe das so ein bisschen mitgeschrieben, also von der ganzen Welt. Ich habe das so ein bisschen mitgeschrieben, also von der ganzen Welt.